Alle zwei, wollen Sie! Sieg vor Aufbau! Männer vor die Bildung! Sieg vor Aufbau! Sieg vor Aufbau! Sehr gut! Alles gut! Super, das war das Jahr! Ja, wahrscheinlich habe ich zu viel Kürchen gelabert. Aber ich habe hier noch ein anderes Niveau, die ist das halt so lange. Und ich lege das beiseite. Männer Bodybuilding bis 70 Kilogramm Körpergewicht. Und ich habe hier noch ein anderes Niveau. Auf jeder gleiche Ablauf. Zuerst die Vergleiche mit mehrerer Reihenfolge. Bevor wir dann zu den individuellen Vergleichen der Kampfrichter kommen. Jetzt müssen die Top 6 Athleten für das Finale ermittelt werden. Auf die Juliak! Lächeln! Auf die Beine, Sebastian! Woff! Ja! Was haben wir jetzt? Hallo, die Beine! Doch, die Beine! Ja! Auf! Auf! Danke, Jesus! Auf! Schöner, Sebastian! Jawohl! So, wir sind hier noch ein paar Beine! Seidliche Brust. Beine Hose, Sebastian! Marsch! Ja, so stark! Okay, genau. Marsch! Halt die Worte! Auf den Blick selbst rückwärts. Ja, noch ein bisschen. Beine schließen. Halt die Dritte. Bogen. Ein, zwei. Schnell am Bogen. Du hast eben Marsch anstatt. Wasser! Und vornehmach auch meine. Auf meine Kälte. Jetzt richtig. Rücken. Sehr gut. Wuhu! Jena. Schön, Sebastian. Und vornehmach auch meine. Dann auf den Schmidt. Aufsehe! Hier sieben Fliebdosen, Stoppowice. Aufsehe! Volkheim! Jawohl! Nach dem Fuß. Beine! Voll! Doppelbitte rückwärts. 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 Doppelbitte rückwärts.